Ficken! Haha! Ja, Leute, moin moin! Äh, ich hab mir mal so spontan überlegt, da mir Steam mal so die freudige, äh... Geste gegeben hat. Ich hau mir mal, äh, das Spiel Aliens vs. Predator Classic 2000 auf die Festplatte drauf und, ähm, tja, ich hab mir gedacht, Leute, das muss ich euch unbedingt auf die, um die Ohren schmeißen, die Spiele-Sache und, ähm, ja. 74 Cent hat die Scheiße gekostet. Steam, irgend so ein Herbst-Special-Angebot und ohne Umschweife, wir steigen direkt gleich ins Getümmel rein. Hauen wir nochmal auf die Einzelspieler-Kampagne und wir machen das erstmal obligatorisch, die Marine-Kampagne. So, Episode 1, Frack. Ja, wir sind sowieso im Frack. So, Weyland-Yudani-Büro-Waffen- Forschungseinrichtung auf der LV 426 21 405 Max 21 5 4 10 Jahre nach der Headless Hope-Vorfall massives Versagen der Spezies-Kammern Evakuierung von Wissenschaftlern, Mitarbeitern und Zivil- Zivil- Kehrung beendet. Ja, fehlen einige Buchstaben in dem Wort. Wie auch immer, wir haben jetzt die Möglichkeit, Training, Realität oder Directors Cut zu starten. Wir sind mal echte Pro-Gamer und starten auf Directors Cut, was hier laut Angabe schwer sein soll. Ich weiß das nicht ganz genau. Wir hauen einfach mal auf die Tasse. Was ist dein Empfinden, Gewürm? Gott, es lebt! Ah! Mommy? Ach, es war ein Albtraum. Ich schnapp die Knabe. Warning, Intruder alert. All personnel werden evacuiert. Okay. Glaube, du Scheiß. Wichser. Ja. Ähm, wir werden hier wie unsamt hier aus unserem Bett geholt. Ähm, und wo? Was haben wir hier? Für ein Bild. Irgend so ein Pixel-Brei. Ich kann das nicht so erklären. Wir schießen hier einfach irgendwie alles durch. Oh, wir haben Fackeln. Hey! Hallo, ich bin ein Bandit. Ist das nicht toll? Hey, ich kann springen. Ja. Gut. Ähm. Schaltstuhl. So. Ähm. So. Wir sind jetzt hier in Alien vs. Predator. Klassik. Äh, in, ich glaub. Ja, schönere Version. Ähm. Was kann ich sagen? Genau. Ähm. Wir sind hier ganz schnell irgendwie unterwegs. Ob wir super Speed-Biner haben. Ich hab keine Ahnung. Ich hab ein bisschen die Brightness erhöht, weil man sonst hier rein gar nichts. Aber Brightness, wir haben statt ein Teschenlamp, haben wir hier so ein, ja, Leuchtfeuer, äh, Leuchtfeuer-Ding, was wir abschmeißen können. Und, tja, ähm, das leuchtet uns den Weg. Oh, scheiße, Tür ist zu. Auch zu. Ja, Mama, Licht. Ist ja alles zu. Okay. Okay, dann machen wir mal beide. So, machen Licht. Hallo. Na? Krieg, was zu essen? Krieg? Arschloch. So, hier. Exit. In Karte auf Emergenzie. Präklasse. So, ich glaub, das haben wir. Bam. So, mach auf das Ding. Was? Achso, hier. Ich versäge mir das doch. Hier, mal Licht. So. Was ist denn das da? Okay. Oh mein Gott. Alien-Eier. Ääääh. Scheiße. Panzergläse. Na, super. Hoi. Junge. Deine Sprachausgabe ist weg. Da ist sie. Weg ist sie. Da ist sie. Weg ist sie. Da ist sie. Weg ist sie. Okay. Du bist nicht stereo. Du bist nur Mono. Ja, Mono, Leute. Ja, das gibt ihr hier auch. So. Die Tür will die hoch. Ey, lass mich durch. Ich will hier raus. Das könnt ihr nicht machen. Ich will hier raus. Gut, gehen wir. Boah, Alter. Boah, Alter, ist der Spieler schnell unterwegs. Speedpillen eingeworfen, oder was? Mach auf. Alter. Wie denied. Ist hier lang, oder was? Ist das kompliziert? Alien-Eier! Schießt jetzt Zeug, Schrott! Aaaaaah! Hier, komm, Alter! Aaaaaah! So. Und nun? Scheiße, sie haben nur einen neunten Schuss. Hallo. Bin ich, Banzine? Hehehehe. Guck doch mal. Na ja, komm mal auf. Was werfen wir hier ab? Das sind keine richtige Flares. Das sind irgendwie... Ich weiß nicht. Wir werfen aber nur Lichtquellen ab. Aber keine wirklichen Flares. Naja. Worst. Ja, Worst ist das, glaube ich, auch nicht. Hey, Mono, Mann! Was geht? Also, du müsstest dich irgendwann mal echt auf Stereo umbauen, weil so ganze Mono sieht auch nicht ganz toll aus für dich. So. Was ist hier? Hoch mit dir. Hallo? Ah, nein! Hey! Hallo! Hey, ich werde wieder hoch! Boah, da ist hier aber auch dunkel. Was ist das? Okay. Ob der irgendwann mal in Stereo zu hören ist? Ich weiß es nicht. Okay. Das ... Was ist Alien? Hier gibt es Alien! Oh my God! Hä? und die jetzt um und vor allem auch fast mehr Okay So, mach Licht Hm, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts Rechts Midi-Kit Boom, Alter Oh, fuck Man, Aliens, das zeigt mir, das macht einen Alien an Ähm Okay Ich leuchte mir einfach den Weg hier frei Vielleicht haben die hier Angst vor Licht Junge, was kommt denn hier so rausgestürmt? Ja, wo denn nun jetzt hier, oder? Okay, was ein Henker ist das? Und was ist das? Hm Was ist das? Wahrscheinlich so ein Weg, wo man reingeht und denkt Wow, da gibt's was, aber da gibt's nix So Hallo Hier runter? Oder nicht runter? Ähm Ich geh lieber weiter Okay Hier kommt gleich wohl ein Alien Ja Oh, diese Alien-Scanner sind echt cool Ähm Okay, das heißt also während die im Auflösen sind, werden die mir noch als Alien-Quelle angezeigt Ist schon interessant So, was ist das hier? Oh, der Hypnose-Hypnose-Kanal Cool Oh Alien? Ähm Okay Okay, ich geh gleich runter Hallo Wann fahr ich hier noch was? Uhhh Okay Ich geh lieber weiter Hui Schalter Wir bringen sie ihren Hintern runter zum Hauptbordungsbereich Okay Machen wir doch gleich Oh Oh Ah, da vorne hab ich ein Alien gesehen Sollen wir hier runter? Oder was? Oder was? Oh Gucken wir mal, was wir hier unten haben Alien? Irgendwo hier ist a fucking Alien Kann er förmlich riechen? Ach nee, das sind meine Socken Ähm, okay Aber irgendwo Ist hier was Ich komm in Frieden Ah Junge Fuck, bist du da so im Lichte? Hm War ein Alien Äh, keiner Partei Nämlich der Artefakt Äh, muss hier Bevor sie, äh, zu nutzen Ja Okay Also die, äh Besuchsbeschreibung ist hier recht spätig gesehen Und auch recht Schnell wieder weg So Da geht nicht rein Okay Äh, blablabla, blablabla, blablabla Bäh Jo, da war nix Ich fühl mich hier unten wohl Alien Ich hör doch, meine Aliens Was Was zum Henker Ist das Okay Ist das ne Kanone? Ähm Okay Ach, guck Ob wir Kann man nicht von Hier Ich glaube, ja Au Im Arsch, Alter Wow Fuck you Okay, 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 okay So, mach schnell speichern hier Wie, man darf nur viermal speichern? Wow Seid ihr denn total im Im, im Arsch? Übrige Speicherungen drei Alter Boah Ey, man darf nur viermal speichern Was hat ich hier gescheit? Hier Witzig Ja, toll Bin fast down, ey Okay Das ziehe verdammt Echt nichts grad aus Hier Speicherungen Was hat der Scheiß denn? Uah Ja, und du? Hey Das haben wir doch mal geschafft So So, bevorste Zug der Waffe Schnellfeuergewehr Ich hatte eh nichts anderes Ähm Okay Okay Die Aliens heißen also Xenomorfe Gut zu wissen Ja Okay Genital So Dann haben wir die Episode 1 abgeschlossen Und zwar Frag Und wie es weiter geht Also sprich Episode 2 Ähm Wird ihr mal sagen Werde ich irgendwie so In dem nächsten Bad euch zeigen Würde ich mal sage Und in diesem Fall Bis dann Und Immer schön geschmeidig bleiben Ne